Hallo Freunde des Let's Play und der leichten Unterhaltung. Ja, da sind wir schon wieder und es geht glaube ich sofort wieder los weiter hier. Genau, ich bin auch wieder dabei. Mit der Zugentkreis um 3. Nein. So, ich spiel wieder die Frau jetzt. Hallo, ich spiel den Manfred. Meine Schrotflinte. Nein, wo ich mein. Jetzt wurde schon ausgeweht. Das Spiel beginnt jetzt, ja. So, laden, laden. Bam, 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 ich spiel bam, bam, bam. Okay, ich mach mit. Bam, 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 bam. Billy und Rebecca entdeckten eine Seilbahn unter der Kirsche und fuhren damit zu einer beunruhigend Stilleinfekt. Oh, die Kraftfabrik! Ja, tief drinnen wartet auf sie eine erschreckende Wahrheit. Ja, da finden wir sich schon. Ich spiel das Pressepumpen. Hallo. Na? Na, Kumpel, alles fit im Schritt. Alles fit im Schritt. Alles fit im Schritt. Na, 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 nicht beißen hier. Meinet. Danke, Gleichheit. Ba, La, na, na. Du, da! Ein Offe, ein Offe, wir müssen ihn töten. Tötet die Offen! Tötet den Planet der Offen! Hallo, guten Tage, lieben Leute, es war very knapp schon, ja, retten die letzte Sekunde, schon wieder, das können wir retten die letzte Sekunde, auch ne Ahnung. Ich wusste nachladen. Mann, wo haben die all die Affen her? Gefunden, auf kaktisch Parkplatz. Ach ne, ihr kennt ja kaktisch nicht. Ja, auf Rewe Parkplatz. Auf Rewe. Rewe, die Freiheit gönn ich mir. Wunderbar, laden, laden, laden. Wunderbar, toll, toll. Ich bin ein Troll, toll, 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 toll. An diesen Level kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ne? Ne. Ich weiß mal, da ist das Beheer gestorben. Keine Ahnung. Damals, ob ich noch jung und knackig war. Ich sterb nicht. Ne? Ich schieße nur gegen die Band. Ja, ich merke. Was ist denn los? Jetzt zieh ich wieder eine Granate aus Orten, die ich nicht stemmen will. Ach, ich war tisch. Ich wurde es gewissen. Schalte mich nicht! Tut mir weg! Ok. Oh, hallo Binge! Ich bin egal. Ja ich Messer, ich sehe auch nichts. Stört! Ich glaube, diesmal sterben wir auch nicht. Wir sterben nicht. Vor vielen, vielen Jahren, als wir noch jung und knackig waren. Mann! Als wir noch die Milchnitte aßen. Wir leben, wir leben, wir leben. Ich nehm jetzt, freut mich. Hallo, es sterben. So. Ja, jetzt auch. Zackt ihr. Ich sterben. Weiter, 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 weiter. Wir leben, wir leben. Wir leben. Kaum zu glauben, doch wir leben. Wir haben kein erstes Hilfespray mehr. Ja. Sind die aus Metall, oder was? Nein, sie leben nicht mehr. Mach so viele Kugeln, müssten die doch umfallen. Sie leben nicht mehr. Sie leben der Tote. Ja, okay. Die können trotzdem umfallen. Okay. Wiederladen, bitte. Das macht mich nervös. Nein, keiner hat den Schiff. Da ist ein Spanner. Ein Spanner. Ein Spanner. Hallo. Ihr lieben, liebenden. Oh oh. Uh, Tyrant Projekt 1. Lust habe. Sieht doch nie süß aus. Also deine Schwachstelle ist das fette Herz. Er hat das Herz am riesigen Fleck. Alles überhaupt nicht. Und da ist die Schwachstelle. Sieht an Menschen. Was wäre das reingreiches oder zukünftige Menschen, Deniesen die eine Bière Pelage zu bevratieren ? Naja, sonst weiß man. Der westliche Sahne. Wir machen die Hund, hier unbüroder begegarten sich. Der旋 Moment, der der absolute Frechland, Werden mit woanders mit euch. Grauert werden sollen. Der wilde, die besserer und gerade survive. Das Na, na typed einen Schif性. Hallo, ich fahre nach oben! Ist der Wohl! Kack! Oh ja, die hat hier ein bisschen, oder was? Weiter, weiter! Weiter, weiter! Hyper, hyper! Erster Kontrollpunkt! 63 getötet! Ein kritischer Treffer! Zerstört doch! Du Schuchte! Ja, ich kann das halt! Töten kann ich! Schuchte für sein Leben, Gerd! Oh nee! Ach nee, was ist denn das schon? Wieder, wieder? Nicht wieder, wieder! Wieder, wieder! Wieder, wieder! Ich komme aus der Fährfriede! Geh! Schwindet! Mann! Hat da nicht was? Ne Granade! Ah, wer freut mich? Nee! Okay! Hab ich getan! Kein Problem! Geh! Nochmal! Nochmal! Bumm! Aua! Das tut doch weh! Das muss weh tun! Haha! Du! 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 Was war das? Was wurde hier hergestellt? Fabrik vom Konzern Umbrella Corporation Von Umbrella auch noch Die falschen Dreck Wir müssen noch das drücken, pass auf Ach nee Oder schüttet Rennen, 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 Rennen! Ich ran schon! Wie mein Willi Ich hab hier schon wieder... Ja, du verstehst! Piñata, Piñata! Dr. Markus? Wir haben auch noch eine gute Arbeit. Dann kükük! Das ist der Mann aus der Bildung. Markus? Aber du bist tot! Zehn Jahre lang Spenser hat mich verabschiedet Und verabschiedet Und verabschiedet Und verabschiedet Ein wenig, ja Spencer mit Vesca Er hat zusammengebrochen Das T-Virus Ist auch sehr beliebt bei den Rotten, sagt Alfred Ja An Kashan Spensier Ich dachte er werden enlightened Der Schwachpunkt ist der Topf, der Schwachpunkt, der Schwachpunkt ist der Topf, der Schwachpunkt ist der Topf, der auf die Dinger dazu werfen, krass, da liegt was, da liegt was hier und den Rest, ich weiß, ich krieg's nicht. Ach nein, wer hat jetzt, ich fühle mich, so dass einer schon uns hat, naja, komm mir nicht zu nahe, ist dir aufgefallen, der hat keine Lebensanzeige, ja wie der andere, der andere hat ja auch keine. Ja, weil der noch nicht tot ist. Das Projekt, wie hattest du ihn genannt, Projekt 1? Ja, Projekt Tirant, Nr. 1 war das. Mit dem Namen bin ich nicht so bewandert. Ja, ich bin ja eher der positive Gesichter, obwohl du sie auch spielst, aber von der Geschichte her, glaub ich, weiß ich mehr. Ja, du kannst den Namen besser, ich kann die Geschichte auch gut, doch ja, du bist noch ein bisschen besser als ich. Er ist umgefallen. Du bist weg hier. Kraut, Kraut, ich bin versaut. Ich könnte die Waffe machen. Und wechselst du wieder mal deine Waffe. Ja. Ja. Eine Waffe. Nicht. Funktioniert. Plan. Plan. Ach nee. Doch. Guck, da ist Professor Markus. Hallo. Du hast nen Granatenwerfer. Und er hat deinen Namen. Er ist wundervoll und prästig. Und mit keinem Geld erwähnt zu bezahlen. Wohne ihn werden wir jetzt schon. Lange tot. Na komm, 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 komm. Na los, los. Komm, komm, komm. Wohne das Stückchen. Ich baller dir deine Birne weiß. Schön ist alle. Hör dir deinen Stückchen. Nice. Ich könnte ein bisschen schneller machen. Ja, ich... Ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht. Ich würde mich auch freuen. Und jetzt? Mit du? Ich glaube ja. Ich würde mich sehr freuen. Alles kriegt er kaputt Böser hast du Böser Du kriegst kein Neckerli mehr Böser auch so Böser Ja, das Licht magst du nicht Dafür hab ich dich im Keller eingesperrt Böser Ein Vampir Wie in the sunlight Los, hasso, in sunlight Hasso Aus Holy bastard Hush, hush Hush Hush, hush, hasso Oh 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 Scheiße Hab ich auch grad gedacht Ja, lass uns hochgehen Hoch ist besser Ja, klar Hush, hasso Hush, hush Hush, hush Hush, hush Hush, hush Hush, hush Hush, hush Hush Ach geh, und ich ist dir auch wieder leer Hush 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 Ich sit nicht gut im Schütteln Hush 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 Das klingt schweideutig Ja Ich weiß Ich sit nicht gut im Schütteln Hush Ich weiß Ich lass' mir immer einen schütteln Hush 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 Ein Martini! Ein Martini! Gerührt, nicht geschüttelt! Genau! Ich bin... Nein, geschüttelt, nicht gerührt! Ich bin geschüttelt! Ja, wir haben es einmal geschafft! Ich bin gerührt, nicht geschüttelt! Geschüttelt, nicht gerührt! Nimm mal so weiter, so weiter, so weiter, bis er irgendwann hier sollte! Wir müssen sie im Rest wenig öffnen! Let's end this! Warte auf! Ich sagte dir, Hasio, bleib da unten! Bleib da unten! Ach, nee! Da ist schon wieder ein Knopf! Ach, nee! Nee! Entschuldigung! Keine Ahnung warum! Ich weiß warum! Ja, ihr habt mit meinen Ketten geklaut! Salute! Leute, jetzt den ganzen Tag schütteln! Waschke! Warum hab ich den Knopf gedrückt? Weil du immer Knopf drückst! Weil du das Spiel schon gespielt hast und das Video nicht sehen willst! So einfach! Entschuldigung ihr lieben Leute! Mein Fehler! Ja! Ich hab nen nervösen Finger! Ich hab nen A! Ja, schau mal wieviel du hier, du Cheater da! Du Cheater! Vorgänge im Herrheimhaus! Von A Loch! A Loch! Adolf! Hier, da! Normal! Nochmal! Normal! Ah, die Einzelstory mit Vesca! 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 Alles durch Versteckzeit! So! Hoch jetzt! Äh, ja! Machen wir nen Schnitt und zacken! Ah, wir gehen jetzt nochmal hier! Äh, Lucky Lucky machen! Mach Lucky Lucky! Siehste, siehste! Man kann das pimpen! Ja, aber nur eine war für die Pimpel Deine! Okay! Ich bin wieder einfach so! Ich bin so nett! Danke, danke! Pimpel, Pimpel, Pimpel! Pimpel, so viel das Pimpenreis! So! Hartenspeicher! Ich kann jetzt auch den Granatwerk als Standardprozess nehmen! Ja! Erst jetzt! Ja! Yeah! Hahaha! Also normalerweise schon! Ähm, ja, das wars dann! Mal mit dieser Folge wieder! Wir glauben, wir spielen eigentlich gleich weiter! Wir machen nur hier nen Schnitt! Genau! Also, bis nachher! Tschüss!